In Dragon Ball Z Dokkan Battle Global als auch JP sind nun die Super Hero-Kraktiere. Wir haben Gohan Beast, der sich nur in dem Eggdiskill transformiert. Also nicht wirklich Gohan Beast, aber dafür Ultimate Gohan. Und ich habe heute die Ultimate Gohan Lock hier ausgepackt. Aber Piccolo können wir heute nicht toppen, Freunde. Denn wir haben Piccolo, den Real Piccolo am Start. Piccolo, was geht ab? Mein Kanko Sampo! Was geht, meine Damen und Herren? Ein bisschen dripped out, weil Osaru ist mit der Knowledge hier. Aber ich bin heute mit dem Drip hier. Ich habe seine Gohan Locker vorher gesehen, ich muss sie respekten. Aber wir sind hier für ganz, ganz, ganz fette Summits. The Return of Summits. Ich glaube, das letzte Mal war vor drei Monaten. Ja, man, das letzte Mal war bei Metal Cooler. Metal Cooler. Das war auch geil. So weird einfach. Metal Cooler, Dokkan Battle, 8 Jahre hin oder so. Metal Cooler. Aber egal, heute geile Units. Ja, man, crazy, dass du damals zukamst. Aber jetzt ist wahrscheinlich mehr Hype für dich, weil vor allem, ey. Ja, safe. Wir haben hier einfach, Leute, Piccolo, der hier pullt. Du ziehst für Gohan Beast, richtig? Wir sind jetzt bei Gohan Beast. Wir haben auch ein Video bei mir am Start. Einmal kurz Eigenwerbung. Das ist auch da wahrscheinlich zur gleichen Zeit online. Da gehe ich wahrscheinlich nochmal ein Piccolo rein und, oh, es versucht sich weiter bei der Locke. Aber wir gucken erst mal hier, was abgeht. Dein Video, willst du anfangen machen? Nein, pass auf. Ich lasse dir den Vortritt, denn... Aha. Mach mal, ich will deine Reaktion sehen. Wie ist denn das Banner bis jetzt so gewesen zu den Leuten? Was haben die denn gesagt? War das gnädig oder war das nicht so... Ah, Bruder, ganz vergessen. Was macht er denn hier? Jawoll. Bruder. Ey, geil. So ein Gott gewusst. Das hat mich... Oh, krass. Ey, Ruff, das hat mich viel mehr gefreut als die eigentlichen Charaktere, ey. Ey, Gamma. Wie geil ist das denn? Oh, ey, ich bin gespannt, was bei 3 kommt, Alter. Crazy. Ja, Mann, richtig geil. Das hat mich wirklich... Das hat mich mehr gefreut, diese neuen Sun-Animation zu sehen als die Charaktere selbst. Und leider weniger. Und jetzt pass auf, über der Shaft einfach. Oh, bis jetzt sieht es echt scheiße aus. Komm schon. Aber Gamma 2, 1 und 2 waren da. So ein Shaft, dass die nicht drin sind, ne? Das ist so hart, ey. Wir haben eben darüber gesprochen, finde ich so mies. Ja, finde ich auch mies. Das wäre richtig perfekt gewesen. Die kam zwar neu, so, ich glaube, Oktober rum, Ende Oktober, aber nein, ist mir egal. Wir haben 6 Monate auf die Charaktere gewartet nach dem Film und jetzt kommen die so halbwegs, weil Gohan transformiert sich nicht mal. Pass auf, ich call es Gohan. Okay. Alter, was ist denn das hier? Nichts oder was? Okay, okay, okay. Physical Super Saiyan Goku. Ich glaube, der ist alright. Der Daumen hoch Goku. Ey. Ne, nicht Daumen hoch Goku. Der Super Saiyan 1. Das ist, äh... Ah, ne, der ist kacke, glaube ich. Ja, du kannst, Digga. Ne, ich habe den verwechselt. Der ist kacke. Ach so, okay. Egal. Das war ja gar nichts. Ich kann ja kurz zeigen dem Zuschauer. Ich dachte, das wäre der Goku hier. Der war das nicht. Ja, du kannst, wie gesagt. Jo, ich... Boah, das war richtig schlimm. Ja, die an... Ah, sus. Ich habe auf ein Movie geklickt. Ich dachte, ich muss ihn jetzt gucken. Egal, gönn dir den Sinn. Dieser Button. Ne, lass was stecken, Alter. Ja, ey, irgendwie schade. Also, ne, ich verstehe natürlich... Ich habe über das Gespräch letztes Mal geführt. Ich verstehe natürlich, dass man nicht die Dings rausbringt, die Manga-Charaktere dabei. Puder, die müssen mal was machen, Alter. Langsam wird es echt knapp, ey. Ey, Ruff. Ohne Witz. Langsam wird es halt wirklich knapp, weil dieser Anime, keiner weiß, wann er kommt. Ich hoffe, er kommt nächstes Jahr. Ja, muss sein nicht. Damit mal die ganzen Spiele auch die Charaktere bekommen. Aber, ich weiß, wie sehr du JP verfolgst. Für JP hat ja Ende Januar sein Jubiläum. Und da wurde gesagt, da werden Charaktere erscheinen, die es so noch nicht gab. Es kann sehr, sehr vieles heißen. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er einfach sagt, wisst ihr was, efft euch, wir spoilern euch alle, wir bringen Manga-Charaktere raus. Ja, ja, die Dreams. Du glaubst auch, Alter. Naja, das sind echt Dreams. Das wird niemals passieren. Das ist ja aber krass. Allgemein komisch, dass Doka noch nie so was gemacht hat, wie andere Gacha-Games, einen anderen Charakter aus einem anderen Anime so reingepackt haben, weißt du? Das wäre mal geil. Ganz früher, ich weiß, ob du dich daran erinnern kannst, gab es eine One-Piece-Collaboration mit Doflamigo, weißt du das noch? Aber der war nur ein Gegner, so. Ja, 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 stimmt. Daran kann ich noch was erinnern. Ah, ich habe auch nur Müll gezogen, ey. Nichts. Du kannst wieder, nee. Boah, Alter, was ist denn hier los? Egal, komm. Also, ich bin eher an deine Reaktion zu der Animation interessiert. Oh, Goten. Juge, geil. Ich hatte Goten, Willst und Vegeta gehabt. Okay. Okay, Super Saiyan, kein Rainbow, Gamma 1, ja, kein Gamma 2. Ich bin gespannt. Gibt es da auch, ist der Break auch anders? Der Glass Break? Ja, da hat es auch was anderes. Und, ich hoffe, das kommt bei dir. Ich sage es nicht, ich will die Reaktion von dir haben. Gibt es die Zeno-Animation auch anders? Die, nee, die ist noch gleich. Ah, okay. Zeno ist gleich und Goku Blackriff ist auch noch gleich. Ah, okay. Alter, was ist das für ein Banner? Äh, ohne Witz. Junge, ich kriege nicht mal, also, allein ein SSR zu bekommen, ist schon schwierig. Ah, Junge. Ja. Ich weiß mal, wie der Heizido wird an der Grunde ist, Alter. Oh, Bruder, das war, ja, du kannst es, oh mein Gott. Alter. Alter. Oh mein Gott, Rob hat richtig schnell durchgeputt, ey. Das ist ja richtig schlimm. Ja, ja, also, oh, Vegeta und Goten hab ich. Katastrophe, ey. Ja, also, im Prinzip, das sind halt 0,5 Raids, eigentlich, was wir kennen, so, aber... Gib dir das mal, das sind nur SRR-Charaktere, Son Gohan, Neil, Imperfect Cell, Yamchu, Goten, Son Gohan und Klein, Yamchu, Vegeta, Super Station, Fat, Boo, also Buff, Boo und dann ja, dieser Zeno-Vestiv. Junge, was ist das denn? Ah, das Ding ist halt, die Banner sind auch überhaupt nicht gut, Mann. Die Charaktere, die sind eine Katastrophe, man will eigentlich mehr oder weniger nur die neuen Charaktere. Ja, schlimm. Oh, Alter, bei mir sieht es nicht besser aus. Warum, ich weiß nicht, woran das liegt. Ey, es ist nicht nachts. Musst du nachts saubern, weißt du? Ey, wir haben letztes Mal nachts gesaubt, wir haben alles gepult, das weißt du selber. Ich weiß davon selber, oder von früher, da gab es echt diese Theorien, dass bei gewissen Zeitpunkten, man bessere Raids hat, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, nicht, wenn alle sofort da sind, wenn wenige Leute saubern und so, weiß ich nicht. Okay, er hat sich nicht verwandelt. Er hat sich nicht verwandelt. Oh schon, brich, brich. Ja, er bricht. Ah, okay, ist es ein Goku. Ah, nur einmal. Ah, verdammt. Ah, Bruder, Hilfe, Ey, warte mal, wie viel Source hast du eigentlich? Ich habe 500 oder so gehabt. Ah, okay, nice. Ah, Alter, das ist, das tut in der Seele gerade weh. Ja, glaube ich dir, ne? Wasted Potential ist das hier, wie Son Gohan, was ist hier los? Hallo? Hast du eigentlich die Animation so gesehen? Oh, wer ist das? Nail, es ist er? Who the, hey, bro, Alter, hallo, guck mal, ob ich aussehe, was du neil. Ja. Junge, ich bin schon mal free gleich, hilf mir. Ey, boah, es läuft gerade echt nicht, ohne Witz. Gar nicht, gar nicht, ganz, ganz katastrophal hier. Oh Gott, die Animation. Wir haben schon neue Animationen, aber da kommt einfach ein ganz geiles. Das ist schlimm. Wir können ihn denn solche Charaktere releasen und dann so schäften. Gönn doch mal Gohan jetzt für O's. Was sagst du? Dass sie mal Gohan für dich gönnen sollen. Achso, ja, ey, das wäre geil. Ich glaube, ich habe hier einen Featured-Charakter. Mal gucken, welcher es ist. Weißt du, was auch ein bisschen blöd ist? Wir haben letztens mal so viel über den Film geredet. Eigentlich wäre es vor der Zeitpunkt, über den Film zu reden, aber der Film war ja, weiß ich nicht, vor gefühlt sechs Monaten. Und jetzt kommt das erst mal raus. Hilfe. Schon viel zu lange her. Aber neues Chapter war geil. Son Goten und Trunks von Gohan. Das war geil. Ich habe Vegeta gezogen, ey, den Penner, Alter. Das hätte Gohan dies sein können. Ja, okay, ich bin jetzt beim Freebie, Alter. Das wäre schon geil, wenn mir Gohan gegönnt wird. Ey, ich sag's ja, vielleicht kann ich gleich gar nicht in Piccolo reingehen, weil ich würde schon Gohan, ja, Alter, ich habe bei jedem Zeitpunkt ein bisschen das Vegeta gehabt. Okay, Super Saiyan am Start. Gamma 1, komm, Gamma 2. Kein Gamma 2. Alter, Mann, du bekommst gar keine Animation. Ja, was das? Es ist wieder nur einer, es ist eher wahrscheinlich wieder so ein Sinuous-Charakter. Ey, hilf mir. Hältst du lieber Gohan oder Piccolo? Schon die, ich weiß, ich sehe zwar nicht so aus, aber schon lieber Gohan. Ey, ich war unbedingt Orange Piccolo, Mann, der ist so geil wie vor von dem. Eurion Piccolo. Alter, nein, nein. Was? Nicht Shugash, aber der andere, der andere hässliche, Saiyan Jin, wird den drei Namen auferstieren. Oh mein Gott. Digga, was? Ja, ja, du kannst. Du bist komplett ver- Oh mein Gott, dein Ernst? Das war ja richtig schlecht, das war richtig schlimm, Leute, Hashtag OneLastMulti, believed. Alter, wir müssen eine Spirale starten. Mach mit, Ruff. Oh, no, Broly, das gibt's doch nicht. Ich bin gespannt. Müll, ohne Witz nichts. Alter, was ist das, ein trockener Schäf, was sie erlebt haben? Wie animationstechnisch nichts? Ich mach noch einen, wenn du fertig bist, ich mach noch einen. Ja, zieh durch, viel Glück, Mann. Einen noch. Markankusapro, believe. Okay, Trunks und Goku-Kun am Start. Ist Trunks am Ballen? Er verwandelt sich nicht. Broly, warte, warum verwandelt du dich? Oh mein Gott, du hast mir diesen Xenoverse-Ding rübergeschickt. Okay. Demi, klar. Okay, Glass Breaks von Goku. War egal, ist war das? Alter, aber wirklich, ich hab bis jetzt, glaube ich, nur ein SSR pro Multisummon, nicht mehr. Ey, ich hab auch noch absolut rausgezogen in vier Multis. Ey, sag ich dir ehrlich, ich hätte hier auch in Single Summon reingehen können. Danke, hä, scheitzt nichts ab. Ey, was ist denn das? Hallo? Was? Was ist das? Ist das nicht die Son Goku-Bardock-Fusion aus Dragon Ball Heroes? Kann gut sein, oder Fusion, je nachdem. Ja, Fusion, genau, Fusion. Eieieieieieieieiei. Ja, das war, das war something also. Ey Raph, ich würde sagen, wir machen hier, lass es beenden, weil ich glaube, das wird hier nicht bester und wir gehen rüber zu dir und so weiter, Mann. Ja, ey, das war schlimm. Mal gucken, ob wir da mehr Glück haben. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, Abo bei mir, beim OZ und, ja, wir schauen mal, ne? Junge! Ich krieg nicht mal, also ein, 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 ein...